Und er ist drauf. Und dann drüben Stein. Da fahrt man rechts. Äh, rechts. Ich bin schon drüben Land da heute. Ja, rechts. Sollte Ja, was auch machen hier? Was ist hier im Portemonnauf eigentlich hier? Wecker. Wie halbe Fort. Ja. Und entsprechend das Gefühl glaube ich nicht so. Die zweite wäre ja noch ein bisschen. Ja, Pundersdorf. Aber heute wären wir 13. Siebte, zwei, das ist mit 13. Ja. Ja. Wenn ihr mal so weit seid, könnt ihr den Film sehen. Wenn ihr hier Strom habt, das ist so ein Telefon. Dann könnt ihr mich mal anschweigen. Hallo, sagt er. Ja. 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 Ja.